Ganz was beliebt ist auch der Jägeralpe Wanderkrab. Da zählt sozusagen jeder Schritt. Die gewanderten Höhenmeter, die während unserer geführten Wanderungen mitmachen, die werden aufgeschrieben, gesammelt und der, was am meisten mit uns gewandert ist, der erhält einen Preis. Der erste Platz ist einmal Offline-Stunden bei uns auf der Hochalp auf 2000 Meter. Können Sie sich gut gehen lassen, da haben wir ein schönes Paket für Sie. Vier Stunden Genuss mit Sauna und ein schönes Molkenbad von der Nachbaralpe. Also das ist sozusagen das Dankeschön für die vielen schönen Höhenmeter, die Sie mit uns gemacht haben.